Hey Freunde, heute spielen Abok und ich zusammen Roblox Doors, aber in Fortnite. Abok, komm schnell los, wir müssen in die Lobby rein. Ich komme, mein Zwillingsbruder. Oh Mann, hörst du diese Musik? Die ist genauso wie in Doors, aber ein bisschen anders. Ja, ey, ich bin gespannt, was zwischen den Räumen 1 bis 100 alles passiert, wie zum Beispiel die Bibliothek bei Tür 50 aussieht. Und deswegen lehnen wir jetzt los. Genau, ey Abok, hier vorne ist der Schlüssel. Wow, weißt du, wie man den nimmt? Ich kriege den da nicht weg. Nee, aber hier sind Knöpfe. Da sind Knöpfe. Patchnotes. Genau, ne Issues, okay. Das sind einfach nur Probleme mit dem Spiel, glaube ich. Wir müssen jetzt den Schlüssel aufheben. Ich helfe dir mal, komm, ich helfe dir mal. Wie geht denn das hier? Ah, warte, manchmal kommt da so ein kleines Fenster, wenn man springt. Oh, ich habe ihn doch, glaube ich. Hast du, hast du, hast du. Ja, ich glaube, ich habe ihn. Okay, das sieht, das sieht, der erste Raum sieht einfach schon aus wie in Roblox Stores. Ja, das ist echt krass. Ich finde, das sieht sogar besser aus als in Roblox Stores, weil, wenn hier irgendwie so mehr Grafik hat, irgendwie sieht das irgendwie schöner aus. Ja, die Modelle sind so detailreicher, ne? Genau. Das Einzige, was mir nicht so gefällt, ist, dass das so dunkel ist. Aber das ist trotzdem okay. Ach, hier ist der Schrank. Ah, hier ist ein Schrank, okay. Ja, da ist ein Schrank. Aber auch du darfst nicht sterben, ne? Das weißt du. Nein, 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 nein. Ich sterbe nicht. Lass mal weiterlaufen hier. Wir wollen schnell auf jeden Fall bis Tür 50 kommen, okay? Ja. Ich gucke mal, ob ich den Schlüssel... Ah, ich habe den Schlüssel gefunden. Wow, übertreibt. Aber ich kann den nicht einsammeln. Kannst du den einsammeln? Ich kann den aufnehmen. Ah, nice. Dann machen wir die Tür auf. Wenn du Tab drückst, hast du ein Inventar. Und ich Tab drück? Oh, hier kann man zwei unterschiedliche Sachen auswählen. Einmal Lockpick oder ein Schlüssel, okay. Oh, nein, 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 schnell, 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 schnell in den Schrank. Schnell, schnell, schnell. Ich gehe in den Schrank. Ich gehe in den Schrank. Oh, ich bin in den Schrank. Ich bin in den Schrank. Ich bin rausgeschlüssen. Ne, doch nicht. Bin ich jetzt tot oder nicht? Also, ich lebe noch. Hä, ich bin tot? Ich war doch in dem Schrank drin. Was ist das für ein... Okay, dann geht es jetzt weiter. So, Freunde, wir sind wieder hier und wir müssen schnell rein. Ich lebe wieder und ich bin drin. Das ist Wapu. Ich sehe Wapu seinen Charakter durch die Wand. Und er ist im Schrank. Ich sehe was Blaues. Ich bin tot. Nein. Nein, Mann. Jetzt müssen wir uns nochmal machen. Bist du nicht echt, oder? Doch. Oh, Mann. Ich habe nur gesehen, dass du gedespawnt bist. Ich dachte, das liegt daran, weil du im Schrank bist. Oh, Mann, ey. Wir sind dann sofort wieder. Eis. Ey, Abbaok, das Eis. Nein. Nein. Das Eis. Ah. Der schießt mich ab. Der schießt mich ab. Schnell vorbei. Schießt der? Schießt der? Ja, der schießt. Da war einfach Eis. Alter. Mann. Aber jetzt sind wir doch gerade dabei, wieder dorthin zu laufen, wo wir gestorben sind. Genau. Aber wir sind da sofort wieder. Abbaok, bist du bereit? Wenn ich die Tür hier aufmache, dann sind wir da. Mach. Mach. Okay. Let's go. Und? Und? Mach die Tür auf. Ja, ich mach sie auf. Sie ist. Hä? Sie ist auf. Abbaok. Bei ihr nicht. Ah, Swash. Ah. Nein, nein, nein. Okay. Schnell in den Schrank rein. Und. So. Ich bin im Schrank drin. Ich bin die Barpo. Ah. Und jetzt kommt Rush. Der ist schon weg. Wir können raus. Survive. Rush. Let's go. Wir haben's geschafft, Barpo. Yeah. Alle ein virtuelles High Five. High Five. Yeah. Okay. Weiter geht's, ey. Ich bin gespannt, was hier noch so alles passiert. Oh mein Gott. Einfach Doors in Fortnite. Wir sind zwar Doors-Profis, aber absolute Fortnite-Noobs. Und jetzt geht's in Tür 8 rein. Wir kommen Tür 50 immer näher. Barpo, ich seh gar nichts. Lauf du mal vor. Dann lauf mir einfach hinterher, weil ich hab den Durchblick. Du bist mein Löwe, mein Bär. Oh, was ist das denn? Kann man da rein? Hey, da kriegt man Schaden. Nicht reingehen. Du stirbst gleich. Pass auf, hinter dir ist noch einer. Boah, ich hab nur noch eine von meinem Lehm, ey. Boah. Also das ist dann wieder mal ein neues Monster. Die ist im Originalen. Du hast nicht... Boah, wie cool. Ach, hier müssen wir einen Schalter umlegen, Barpo. Das ist dieser Schalterraum. Ey, geil. Okay, krass. Wie cool einfach mal. Und hier ist das sogar recht hell. Ja, die haben sogar die Fässer gemacht. Ja. Das sieht echt cool aus. Ja. Okay, aber es ist irgendwie nur eine Linie, die man langlaufen muss. Ich hab den Schalter. Komm mal her. Okay. Oh, so sieht der aus. Willst du den umlegen? Ja, mach ich. Okay. Wow. Ey, das ist richtig cool. Also die Grafik von Fortnite gefällt mir richtig gut. Ja, mir auch. Vielleicht hat Roblox die ja auch bald. Genau. Vielleicht ist das im nächsten Roblox Doors Update, dass das dann so aussieht wie in Fortnite. Das wär krass. Also die Grafik von Doors an sich ist ja schon gut. Aber wenn die nochmal so... Oh, ist hier ein Fake-Dunit doch nicht. Tür 12. Wir müssen auch ein bisschen auf Fake-Tun aufpassen. Vielleicht gibt's die hier auch nicht. Ja, das kann gut sein, aber... Welche Tür... Oh, Crouchen. Crouch. Wir sind jetzt bei Tür 13. Ja. Vielleicht kommt ja gleich nochmal Ambrusch. Ja, Ambrusch kommt gleich. Ich muss noch ein bisschen weiter. Oh, hier müssen wir wieder ein Key suchen. Ich geh mal hier in den Raum rein. Ja, geh, suche... Ich hab den Schlüssel. Du hast den Schlüssel? Okay, nice, nice, nice. Ich hab den direkt gefunden, ey. Wie ein richtiger Profi, Mann. Ja, du bist richtiger Fortnite-Profi, ey. Du hast Fortnite bestimmt schon ein paar Mal gespielt. Ich hab Fortnite erst ein einziges Mal gespielt, ja. Oh, geh nur in den Schrank hier vorne. Okay, mach ich. Ich bin drin. Ich beobachte dich. Ich bin drin. Los. Let's go. Warte. War das... War das Ambrusch? Nee, das war Wash. Okay. Das war Wash. Boah, wir sind voll gut. Ja, ey. Ich hatte richtig Angst. Wir müssen uns merken, welche Tür das war. Das war Tür 15. Ja. Jetzt sind wir Tür 16. Aber okay, du mal vor. Ja, ich geh mal vor. Ey, gleich kommt hier eine Falle oder sowas. Was ist das Spiel? Du hast das Spiel bestimmt schon mal gespielt, ey. Ja, ja. Ich will nicht jetzt in der Falle noch. Ey, ich freu mich auf die Bibliothek. Ja, ich mich auch. Aber so krass. Ja, aber vorher kommt ja noch Sieg. Da sind wir gar nicht mehr so weit weg. Ach, stimmt, genau. Hier müssen wir einen Key benutzen. Nee. Nee. Hast du den? Kannst du einfach hier durchgehen. Ach so, okay, dachte ich. Oh, hier, das erinnert schon so ein bisschen der Bibliothek. Hier sind auch schon auf jeden Fall schon ein paar Bücherregale am Start. Wo bist denn du? Hier kann man nicht durch. Als hier, ah, wir müssen einen Schalter finden. Deswegen ist das so ein bisschen als Labyrinth wahrscheinlich. Mhm. Okay, dann lass uns mal den Schalter suchen. Ja. Hm. Wir wissen jetzt ja schon, wie der Schalter aussieht. Das ist ja schon mal unser Vorteil. Ah, warte, hier. Ich hab ihn gefunden. So, umgelegt. Wir können weiter, Aboog. Oh, ah, da bist du. Let's go. Ich find das gut, dass man sich sehen kann durch die Wände. Ja, das ist echt was, was Roblox Doors auch machen soll. Oh, oh, jetzt kommt Siegen Doors, aber Fortnite. Genau. Oh mein Gott. Jetzt schon bei Tür 21? Aber das ist der lange Raum. Das ist der lange Sieg-Raum. Ja. Jetzt kommt Sieg. Nö. Die Musik ist schon sass. Nee, doch nicht. Kommt doch noch nicht. Bist du bereit? Aber es ist schon zu dunkel. Aber okay. Ich seh schon wieder gar nichts. Siehst du mich? Nee, da, ja, ja, ja. Okay, okay, okay. Ey, gleich kommt der Monster. Das find ich schade. Das gab's ja früher indoors, dass man so kriechen musste von einem Raum in den nächsten. Das haben die ja rausgenommen bei dem großen Hotel-Update. Mhm. Das find ich ja schade. Oh, hier geht's weiter. Tür 24. Ja. Wann kommt der noch mal? Oh, hier müssen wir jetzt einen Key suchen. Ja, ja, ich geh hier hin. Ich such die linke Seite ab. Kann man eigentlich auch unter das Bett gehen? Ja, probier doch mal. Also ich kann das nicht. Ich auch nicht. Bei mir geht das auch nicht. Schade. Schade, schade. Schokolade. Schade, schade. Oh, hier ist der Key. Ah, nice. Du hast ihn gefunden? Ja, der ist direkt hier im ersten Raum. Ich muss den nur jetzt irgendwie aufheben. Ah, warte. Soll ich dir mal helfen? Irgendwie? Also ich weiß nicht, warum man so schwierig zielen kann. Warum man nicht einfach eh drücken kann, wenn man davor steht. Boah, das Feuer geht aber ganz schön wild. Ja, ey, da will ich mich nicht vorsetzen. Das ist kein gemütlicher Kamin. Ähm, jetzt muss ich hier zielen. So. Tür öffnen und weiter geht's. Oh mein Gott. Ich hab Angst vor, war schon so. Ja, ich auch. Also ich bin gespannt, wie Ambrush hier oder Ambrush in dem Spiel gemacht ist. Aber ob der heißt Ambrush. Ambrush, ach so. Ja, Ambrush heißt der. Ich weiß nicht, wie man den ausspricht. Ich spreche nochmal falsch aus. Okay. Vielleicht könnt ihr das ja mal in die Kommentare schreiben, wie der, wie die heißt. Ja, schreibt einfach mal rein, wie man das aussprechen soll. So. Oh, ist der dunkel. Okay. Das ist Hass. Aber wir können einfach weiter. Warte, hier unten ist noch eine Treppe nach unten. Da ist hier eine Fake. Nee, okay. Ich hab Angst vor Monster, muss ich dir sagen. Ja, jetzt. Was sag ich? Wash. Wash komm, schnell, schnell, schnell. Schnell, 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 schnell. Wir haben den überlebt. Ah. Das ist wie in den normalen Doors, dass man in den Seitenräumen nicht gefangen wird. Okay, hier ist auch noch der Schalter. Let's go. Let's go, Bapok. Ey. Ich glaub, immer wenn man Wash sieht, muss man hier weg. Wenn er da offen geht. Immer wenn man das Bild sieht, ne? Ja. Das ist ein cooler Hinweis, finde ich. Tür 30. Gleich kommt Seek. Ja, schön. Oh, der müsste jetzt sofort kommen. Eine Tür noch, dann kommt der. Hoffentlich überleben wir das bis Tür 100. Ich bin so... Oh, hier sind auch die Augen. Hier sind die Augen. Hä? Aber wo muss man hin? Ah, da hinten. Das sind die Augen. Seek kommt gleich. Oh, hinter mir sind auch Augen. Okay, krass. Hier ist alles voll mit Augen, Abok. Jetzt geht's ab, Bapok. Glaubst du, dass einer von uns sterben wird? Nein, nein. Wir schaffen das. Wir müssen hier nur gerade ausrennen. Wir geben uns Hinweise, ob wir nach links oder nach rechts laufen müssen. Okay, aber verrasch mich nicht, okay? Nein, ich verrasch dich nicht. Nein. Ich will ja, dass wir bis Tür 100 kommen. Ja, ich auch. Sonst müssen wir auch mal komplett neu spielen. Okay, weiter, weiter, weiter. So, das ist der Raum, oder? Das ist der Flur von Seek, ey. Seek's Hallway ist das. Das ist der Flur von Seek. Jetzt geht's los. Haha, das ist der. Wow. Oh, oh. Seek in Fortnite. Ja. Da ist Seek. Wir müssen rennen. Ich kann nicht laufen. Ich kann auch nicht laufen. Ah, jetzt, 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 jetzt. Los, Tür öffnen. Alter. Crouch. Los, Bapok. Ich kann nicht nach hinten gucken. Ich hoffe, du schaffst es. Alter. Tür öffnen. Oh, ich bin rechts, ist falsch, rechts, ist falsch. Geradeaus, 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 geradeaus. Warum kannst du sprinten? Ich kann es auch nicht. Ich kann nicht da durch. Jetzt, jetzt. Ich musste mich, rechts ist richtig. Ich muss mich hin. Nein. Warte. Warte, was ist jetzt? Bei mir, schwarz. Bei mir, jetzt. Ich bin tot. Ich bin tot. Mann. Was soll denn das? Mann. Warum bin ich schon wieder gestorben? Was soll das? Mann, ey. Komm. So, Leute. Jetzt habe ich mich wieder beruhigt. Wenn ihr wollt, dass ich mit Abok nochmal Fortnite Roblox Doors oder so spiele, dann schreibt es in die Kommentare und schau dir jetzt das Video auf der rechten Seite an, wie ich das richtige Roblox Doors mit Abok spiele. Also, ciao.